Moin, servus und willkommen Freunde des gepflegten Schleichens. Wir reden heute über Metal Gear Solid, über die gesamte Reihe, aber auch über Metal Gear Solid Delta, dem Remake von Metal Gear Solid 3, was ja in nicht allzu ferner Zukunft kommen soll und natürlich auch wie es mit der Reihe weitergeht. Und dafür habe ich mir natürlich den besten Gesprächspartner geholt, der sich mit diesem Thema auskennt. Micky! Hello, willkommen! Ja, mein Bruder, du warst ja schon mal da, wir haben ja schon mal gequatscht und dann dachten wir aus unerfindlichen Gründen... Warum nicht Metal Gear? Warum nicht Metal Gear? Nee, wir sind ja beide damit aufgewachsen und ich habe dich auch so ein bisschen angesteckt, glaube ich. Ja, so ganz leicht. Ja, ganz leicht. Ich weiß noch, wie es losging. Im Oster 1999 bin ich mit dieser Metal Gear Solid Version, die da auf den Tisch steht, angekommen. Und erinnerst du dich da noch dran oder hast du es da dann auch gespielt oder bist du erst später? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, ich habe zugeschaut, also das ist schon wirklich so lange wieder her, aber... Ja, das sind halt auch schon 24 Jahre. Ich wollte gerade sagen, es ist halt so lange schon her, aber wie gesagt, gespielt habe ich es ja dann trotzdem. Ja, ja, ja. Ja, du warst ja auch 99, der bis 92er Jahrgang. Genau. Da warst du sieben. Ja. Ja, also zugeschaut mit Sicherheit. Ja, ja, ja. Gespielt vielleicht noch nicht, aber dann... Ich habe dir doch niemals Spiele gezeigt oder irgendwie so Spiele gegeben, die nicht für dein Alter entsprechen waren. Niemals. Ich war ein ganz pflichtbewusster, gesetzestreuer Bruder. Hundertprozentig. Ja, Metal Gear Solid Delta steht ja in den Startlöchern, beziehungsweise ist noch kein Release-Termin bekannt. Und Gerüchte, was ich so durch den Ätherhub hören, sagen, das erste Quartal 2025 soll angepeilt sein als Release-Termin. Natürlich hat das noch nicht bestätigt. Aber mal vorweg gefragt, was ist eigentlich dein Lieblings Metal Gear Solid, bevor wir uns über die Mechaniken und mögliche Ausrichtungen unterhalten? Ja, da ist es halt schwierig. Ich glaube, wir haben darüber schon mal gesprochen, über das Thema, wo ich schon mal da war. Bei mir geht das da so ein bisschen auseinander. Wenn es jetzt Story-mäßig geht, dann ist es bei mir der dritte Teil. Und Gameplay ist bei mir der vierte Teil. Sans of Hate jetzt. Der vierte war auch gar nicht so schlecht. Bei mir ist es ähnlich, aber anders. Also der dritte Teil ist mein absoluter Lieblingsteil, was Gameplay und Story anbelangt. Aber rein emotional gesehen würde ich den ersten Teil sagen. Auch grandiose Story, Gameplay damals, auch revolutionär. War ja nicht das erste Metal Gear, nur das erste Metal Gear Solid. Gab es vorher schon mal. Also wenn ihr hier schaut, das wäre das erste Metal Gear. Genau. Und dann eben Metal Gear Solid war das erste auf der Playstation 1998 in den USA und Japan und 1999 anfangen dann bei uns. Genau, ja. Es ist so ein bisschen schwierig. Ich habe mir, mein Herz ist eher so bei Metal Gear Solid 1, aber, wobei eigentlich auch bei Metal Gear Solid. Metal Gear Solid ist wie mit Resident Evil 2 Original und Resident Evil 1 Remake. Es ist so knapp beisammen. Es stimmt. Es ist eigentlich bei allen Teilen, weil alle, Hideo Kojima hat es halt einfach drauf, dass er halt einfach, es sind halt wie Filme, wie spielbare Filme. Das ist halt einfach das. Und jeder Teil hat so sein eigenes spezielles, gewisse Extra. Wobei, du sprichst einen Punkt an, dieses Film, klar, die waren alle schon sehr cineastisch, auch damals, aber ich finde schon, dass ein Unterschied noch war zwischen Metal Gear Solid 1 und 2, 3. Und dann, also Metal Gear Solid 4 war für mich dann gefühlt, es gab Cutscenes, da saß ich da und dachte mir so, es wurde halt viel erklärt. Es wurde sehr viel erklärt. Aufgelöst. Genau, deswegen, ich finde, die Cutscenes in Metal Gear Solid 3 und auch 1 ist bei mir so, dass ich das Gefühl habe, alle ergeben irgendwo Sinn. Ja. Und bei Metal Gear Solid 4 gab es halt, genau, es war auch sehr ausführlich, aber es war alles interessant. Ja. Und bei Metal Gear Solid 4 war so das erste Mal, wo ich mir dachte so, Jesus, könnt ihr mal auf den Punkt kommen hier. Ich weiß noch, genau die Stelle, wo du doch in dieser Stadt bist. Metal Gear Solid 4, oder? Ja, genau. Wo du mit diesem Trenchcoat, glaube ich, auch diesen einen, musstest du mal einen verfolgen, das weiß ich noch. Und dann sozusagen zum Schluss die Cutscene. Ich glaube, die war gefühlt bestimmt eine Dreiviertelstunde oder so. Also ich weiß es halt noch, weil ich es auch durchgespielt habe und du ja immer skippen konntest. Wie oft oder immer wieder halt auf Skip Cutscene, Skip Cutscene. Das war unglaublich. Und beim ersten Mal war es cool, klar, weil man halt interessiert ist, was halt alles kommt und die Informationen, die man halt kriegt, sind halt beim ersten Mal schon relevant. So ist es jetzt nicht. Ja, die Story hat einen auch total vorangetrieben und vor allen Dingen auch die Einbindung der Codec-Gespräche. Ja. Das hat ja wirklich alles gepasst und irgendwo kam halt dann für mich der Punkt, wo es ein bisschen in die falsche Richtung ging. Mal gefragt, hast du alle Metal Gear Solid-Teile gespielt? Also tatsächlich für die PSP und Vita, glaube ich, oder da kam auch irgendwie was raus. Peace Walker. Ja, ich glaube mal ganz kurz nur, aber wirklich nur so angespielt. Nichts Story-mäßig tatsächlich. War auch ein bisschen anders aufgebaut. Hat mir tatsächlich gar nicht so gut gefallen. Keine Ahnung, ich bin damit einfach nicht warm geworden. War bei mir tatsächlich ähnlich. Peace Walker habe ich angespielt und die Steuerung war irgendwie so anders und komisch. Also es hat mir dann den Spaß verdorben. Ist wie so bei MGS5 jetzt. Da warst du ja auch, sag ich mal, ich wollte gerade drauf kommen. Also dieses Inventar-Management mit dem Base-Building und dem ganzen Schmarrn, das ist so, keine Ahnung. Es macht irgendwie Spaß, aber es passt halt irgendwie nicht rein. Keine Ahnung, weißt du, was ich meine? Das ist weird. Mich hat Metal Gear Solid V, das wäre der andere Teil, den ich bisher nicht durchgespielt habe. Ich nehme es mir immer mal vor, weil ich möchte es einmal durchgespielt haben. Also es macht, das ist wieder das Thema, es macht halt spielerisch schon Spaß. Das Gameplay ist geil. Es ist ein cooles Schleichspiel, so ist es jetzt nicht. Mich hat die Wiederholung genervt. Du hast ja ganz viele Missionen, die sich wiederholen, inhaltlich. Ja, ja doch, das stimmt. Und das war dann so, wo ich das Gefühl hatte, äh, also ich weiß nicht so, ich glaube, Metal Gear Solid tut die Open World nicht so gut. Und das ist, was Metal Gear Solid 3 so fantastisch macht, es ist keine Open World. Das wollte ich gerade sagen. Aber es fühlt sich so an wie eine. Richtig, und das müssen sie unbedingt nochmal so hinkriegen, weil das war perfekt, was das angeht. Es hat sich sehr groß und offen angefühlt, dieses Riesenareal, du bist in diesem Dschungel unterwegs und alles. Aber es hat sich doch nicht schlauchig angefühlt. Du hast deine Abschnitte gehabt, du konntest, hattest ja diese mehreren Wege, die du gehen konntest. Und das hat es halt sehr offen angefühlt. Du hattest manche Sachen, die waren halt wie eine Sackgasse, das war halt ein Bereich, okay, und dann gehst du wieder zurück, war was zu finden, was zu entdecken. Es war theoretisch schlauchig, aber es hat sich nicht so angefühlt. Es war nicht so, es hat sich nicht nach Call of Duty angefühlt, dass Gegner dich da durchtreiben, sondern du konntest es schon erkunden. Und ja, das war für mich so perfekt wie, ist ja ähnlich auch bei Metal Gear Solid 1. Und bei Zweier ist halt so, schwierig, Zweier müsste ich nochmal spielen, das habe ich echt nicht oft durchgespielt. Ja, doch, ich schon. Ja, du schon, ich weißt du. Der Zweier war schon geil. Also ich habe eigentlich alle völlig durchgesuchtet immer wieder, bis auf den Ersten tatsächlich, weil er halt einfach dann schon so alt ist. Ja, und ich habe den Ersten durchgesuchtet. Ja. Twin Snakes, hast du das dann gespielt? Gamecube, das war so. Ja, 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 doch, das habe ich auch sehr oft durchgespielt. Ja, doch, da bin ich auch wieder dabei. Ja, nee, also Metal Gear Solid 5, wie gesagt, es war die Mischung aus, mich hat angekotzt, dass David Hater nicht mehr dabei ist. Beim Fünfer. Beim Fünfer, ja, ja. Hallo, die Stimme von Snake. Eben, also das war wirklich, finde ich, eine riesengroße Fehlentscheidung von Hideo Kojima. Merkt man auch, es fühlt sich in der Hinsicht sehr kalt mit dem Charakter an. Ja. Ist einfach so, man merkt einfach so, es ist nicht mehr er, es ist die Stimme nicht da, diese ganze Charakteristik fehlt einfach. Ja, also. Ist einfach so. Es ist schon, es ist schon, er macht schon gut, hier, wie heißt der gleich, Kiefer Sutherland, genau, macht schon gut, aber es ist nicht Snake, für mich. Richtig. Und ich weiß auch, es ist nicht der Snake, also ich weiß, dass man das Story technisch erklären könnte, wenn man wollte, aber. Klar, es fühlt sich aber trotzdem nicht, es ist ein cooles Sneaking Game und das war's, sozusagen. Weißt du, auch storymäßig ist es so, hm. Die Sache ist die, ich will das gar nicht erklärt haben, ich kenne die ganzen Erklärungen, warum das Lore technisch so passt. Der Wahr, es gibt nur einen einzigen wahren Grund, warum Hideo Kojima sich so entschieden hat. Er wollte David Hayter nämlich schon die ganze Zeit ersetzen, weil der hat ja seinen Spleen, dass er unbedingt mit Hollywood-Schauspielern zusammenarbeiten will. Darum auch mit Norman Reedus in Death Stranding, das ist halt Kojimas Spleen und ich hatte ja die Möglichkeit, ihn kennenzulernen. Da, genau, da oben hängt auch irgendwo ein Foto und hier hat er auch unterschrieben. Ich habe dreimal getroffen bisher Hideo Kojima. Und er, also ich habe sehr viel Respekt vor seiner Leistung, aber er ist schon echt weird. Ich glaube, er ist recht anstrengend auch. Ja, also er ist so, klar, also das habe ich schon gemerkt, bei Japanern generell so kulturelle Unterschiede natürlich, aber bei ihm ist das so ausgeprägt, also es ist auch irgendwie, schon krankhaft. Nein, so weit möchte ich gar nicht gehen. Es ist so, er ist, es fühlt sich nicht angenehm an, mit ihm in einem Raum zu sein und sich mit ihm zu unterhalten. Ja? Ja. Es ist so ein, es gab noch ein paar andere, also ich hatte, es gibt so ein paar Leute, ich habe ein paar Producer und Direktoren schon getroffen, bei denen ich ähnliche Gefühle habe, die so, wo du merkst, sie sind sehr auf so ein, ich bin Künstler. So dieses Prätentiöse. Ja, ja. Es hat er. So weit will ich nicht mal gehen, dass er das hat, aber du, es schwingt so ein bisschen mit. Ja. Er ist ja wortkarg. Er hat entweder ganz viel oder entweder gar nicht. Es ist ein ganz komisches Gefühl. Aber egal, gegenfalls. Vielleicht Charaktereigenschaft kann ich auch sein, mein Gott. Eben, also ich glaube, er wollte einfach auch immer Regisseur werden, das hat er ja auch selber gesagt. Ja. Und darum diese ausufernden Cutscenes. Mit Sicherheit. Was cool ist, aber wie gesagt, wenn man es halt immer wieder sieht. Hast du mitbekommen, dass er ein neues Metal Gear macht, was nicht Metal Gear ist? Nicht wirklich, nee. Wurde jetzt auf der State of Play bekannt gegeben, dass er gesagt hat, er arbeitet in einem Espionage-Spiel. Irgendwas am Rande habe ich mal mitgekriegt, aber nichts Offizielles oder irgendwelche Statements. Der Name wurde auch schon da irgendwie gezeigt am Rande, aber ich habe ihn jetzt schon wieder vergessen. War so ein Wort und nicht so einprägsam wie Metal Gear. Okay. Aber wird so. Oder Metal. Ja, nee, Solid. 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 Das kann man auch falsch verstehen. Naja, jedenfalls, anyway, Hideo Kojima, da kommen wir nämlich gleich zur nächsten Frage. Braucht die Metal Gear Solid-Reihe ein Hideo Kojima, um zu funktionieren? Und ich sage mal so, ich habe da zwei Meinungen dazu. Ja. Für die Remakes, nein. Nee. Ich glaube, die Remakes, wenn sie sich als Blaupause an das halten, was da ist, dann können sie es eigentlich nicht verkacken. Dann können sie es theoretisch nicht verkacken. Und ja, David Hater kehrt ja auch wieder zurück in Metal Gear Solid 3. Es ist noch nicht ganz klar, ob sie komplett die alten Voice-Recordings hernehmen oder ob sie komplett re-recorden. Das ist noch ... Das war ja ganz interessant. Ich weiß gar nicht, hast du mir das geschickt oder habe ich das selber gefunden? Da habe ich ein Video drüber gesehen, wie ... Ich glaube, das war bei dem ersten Teil. Das haben die irgendwie bei sich zu Hause irgendwo im Wohnzimmer aufgenommen. Das war Metal Gear Solid 1, glaube ich. Da haben die noch voll ... Voll basic so ... Also was heißt basic? Nicht, sagen wir halt mal professionell, so wie man es heute sagt. In einem Studio oder so, wo halt alles perfekt ist. Die haben es im Hinterhof aufgenommen. Genau, so ungefähr. Halt nicht perfekt. Und das war ganz lustig eigentlich. Da haben sie manche Sachen gelassen, manche Sachen wieder neu aufgenommen. Das fand ich eigentlich ganz interessant, da immer so ein bisschen den Hintergrund auch mal zu sehen. Da war halt Gaming auch noch in einer ganz anderen Phase. Also Gaming hat sich ja unglaublich verkommerzialisiert. Wie alle Branchen, die abheben, ist halt einfach so. Klar. Und darum war das ... Und da war auch Kojima, glaube ich, noch mehr Restriktionen innerhalb der Firma unterworfen. Und ich finde, du merkst mit voranschreitenden Projekten, dass er diese Restriktionen durfte. Was ich gar nicht positiv finde tatsächlich. Ja. Weil du siehst es auch bei George Lucas. Den ersten Star Wars von 1977 hatte George Lucas ganz viele Auflagen und Leute, die ihm reingeredet haben, weil was er machen wollte, weil wenn du dir ein paar Konzeptsachen davon anhörst oder ansiehst, war so crazy und merkwürdig. Also auch wie manche Charaktere ausgesehen hätten. Und da haben die Leute dann gesagt, George, mach's nicht. Und ich glaube, bei Kojima ist es ähnlich. Das hat auch irgendein Sängerwahl ... Ah, genau, das war bei Queen mit Freddie Mercury so. Echt? Ja, Freddie Mercury hat ja Solo-Projekte gemacht, die alle verhältnismäßig zu Queen gefloppt sind und man hat dann gemerkt, dass durch den Widerspruch innerhalb der Band, durch Hinterfragen und gegenseitigen Input geben, dass das Besondere, was Queen ausgemacht hat, konnte er alleine nicht fabrizieren und sie konnten nicht ohne ihn. Richtig. Es ist also die Symbiose aus den allen. Richtig. Und ich denke, dass es bei Kojima genauso ist. So, ja, also da bin ich auch, glaube ich, voll bei dir. Also, da ich ja selber auch in der Band spiele, ist auch immer so das Thema, wenn man über so Dinge diskutiert, weißt, wo halt viele vielleicht sagen, ja, nee, muss man halt irgendwie hinnehmen oder keine Ahnung, wo ich mir denke, nee, lieber mal dagegen reden und halt einfach drüber sprechen, weil nur dann kommst du auf irgendwelche geilen Ideen auf einmal. Und das, finde ich, ist dann schon, ist schon wichtig da, dass man da miteinander spricht, das kann ich schon verstehen, dass man da sagt, okay, Regeln, ja, in großen Anführungsstrichen, sind schon irgendwie richtig bei so Projekten. Ich möchte nicht sagen, Regeln ist falsch. Ich würde eher sagen, kreativer Austausch. Ja. Das ist, glaube ich, das, was... Hast du Death Stranding 2 den Trailer gesehen? Es kommt ein zweiter Teil. Ja, es kommt ein zweiter Teil. Gar nicht auf dem Schirm gehabt. Nee, nee, alles gut. Es kommt, ich weiß, du bist auch mit Familie und so schwer beschäftigt, aber es kommt ein zweiter Teil und es ist so... Ich finde, bei Death Stranding... Es ist schon sehr crazy gewesen. Ja, ja. Also, ich, wenn ich... Ich habe es nicht gespielt, gleich mal so zur Info, aber... Ich habe es nur angespielt und es war nicht meins. Ich wollte gerade sagen, ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll. Ich schaue mir das an und denke mir, Paket-Delivery-Simulator? Ja, genau. Und mit Sci-Fi-Aliens. Es ist auch so weird, also im neuen Trailer lag irgendjemand auf dem Tisch und du hast gesehen, die hat so eine medizinische Maske aufgehabt, die aus zwei blauen Händen bestand, die so vorm Gesicht waren. Okay. Und es ist so... Weißt du, das Problem ist, du kannst schon weirde Sachen machen, aber die müssen zumindest einer gewissen Grundlogik unterliegen. Ja. Also, ich kaufe ab, ich kaufe ab, dass ein Raumschiff in Lichtgeschwindigkeit wieder bei Star Wars durchs Weltall fliegt. Also, das Problem wird es aber, wenn dieses Raumschiff ein Cabrio ist, dann muss entweder das ganze Konstrukt an sich so cartoony sein, dass ich es abkaufe. Oder Traumschiff muss es dann heißen. Ja, also es muss so eine... Das ist ja meine ich halt. Es muss halt dazu passen. Es muss zum Konzept passen. Oder ich muss mich erklären, dass es ein Weltraum ist, wo Luft herrscht oder ein Alien ist, was da in diesem Raum atmen kann. Also, du brauchst eine Erklärung. Und das Problem ist, was Kojima macht, er erklärt nichts, was das anbelangt. Ja. Sondern er macht den weirdesten Shit und lässt ihn einfach so im Raum stehen. Und das ist das halt auch mit Metal Gear, warum halt wahrscheinlich auch der vierte Teil halt so ausgeartet ist. Weil er mehr Freiraum hatte. Ja, und nicht nur das, weil halt viele einfach aus den Teilen davor mit so, ja, irgendwie Kronenbrüder und dann irgendwie Big Boss und keiner kennt sich irgendwie aus und was? Ist ja auch viel nicht erklärt gewesen. Ja. Und dadurch ist ja der vierte Teil ja auch so ausgeartet mit viel Erklären, warum so was, warum die Geschichte so ist, wie sie ist in der Hinsicht. Verstehe mich nicht falsch. Also, ich finde mal, es gibt Sachen, die muss man erklären und es gibt Sachen, die darf man nicht erklären. Ja. Gutes Beispiel finde ich zum Beispiel, warum ich ja so ein Problem habe mit Prometheus, also mit Prometheus, ist, ich bin der Meinung, man darf und sollte nicht erklären, wo das Alien herkommt, weil du das Mysterium dadurch nimmst. Ja, stimmt auch. Es ist so, was ist unheimlicher? Ein Wesen, was über Millionen Jahre im All durch Evolution zum perfekten Killer geworden ist oder eine Biowaffe, die in ein paar Tagen irgendwo rausgeschissen wurde. Also, ich übertreibe jetzt aber. Ja, ich weiß, was du meinst. Es ist so, es ist einfach und darum meine ich, es gibt Sachen, die musst du einfach erklären, weil sie sonst einfach zu viele Fragezeichen aufwerfen und es gibt Sachen, die darfst. Das ist halt Kunst und zu wissen, was wichtig ist und was nicht, das ist halt der entscheidende Das ist eine feine Linie. Eine feine Linie, ja. Ich meine, ich finde es halt ganz cool, wenn man, ich fand jetzt Prometheus einen ziemlich coolen Film, also mir hat das schon gefallen. Klar, darüber kann man jetzt diskutieren, ob man da das Mysterium halt gelöst hat, wegen dem Alien und hin und her. Ich finde es halt cool, wenn man immer so ein bisschen Background-Wissen, sag ich mal, Erklärung, warum ist, ich finde sowas halt spannend. Für mich ist es spannend, Sachen halt rauszufinden, wo man sich denkt, hä, warum ist das so oder woher kommt das und hin und her. Aber ich glaube, die Frage ist das Spannendere. Dass du dich fragst, woher kommt das, wenn ich es dir erkläre, ist halt, das ist wie ein Zaubertrick. Weißt du, wenn ich jetzt hier voll den krassen Zaubertrick aufführe, dann ist die Frage, wie er das gemacht hat. Wenn ich das dir dann zeige, das ist so, ah ja, okay. Ist zwar cool zu wissen, natürlich willst du es wissen, aber die Spannung kommt eher aus dem her, dass ich dir nichts zeige. Ist ja wie bei Predator eigentlich fast genauso. Diese Predators hieß das, glaube ich, oder? Der dritte war der Predator. Also Predator, Predator 2, Predator 2. Predators? Der war es auf dem Planeten von Dinos. Und der Predator. Das war Predators. Genau. Der dritte. Und den fand ich tatsächlich nicht so geil. Ich mag den auch nicht so geil. Auch jetzt so, was du jetzt gerade erzählt hast mit dem Thema, es wird halt auch, sage ich mal, in der Hinsicht ein bisschen was erklärt. So den Heimatplanet und der Film beginnt ja so. Es war ja nicht der Heimatplanet, es war nur irgendwie einfach. Ja, aber du weißt, was ich meine, weißt du, dieser Jagdplanet halt und dann auf einmal der Film beginnt und es fliegt halt einer irgendwo aus dem Flugzeug raus oder was das war und los geht's. Keine Ahnung. Es hat auch zu viel erklärt in der Hinsicht. Ich finde es cool zu wissen, dass die halt, keine Ahnung, mit so Raumschiffen kommen und die kommen halt irgendwo her. Das reicht mir da beim Predator schon. Genau, das ist es. Aber das ist mir so ein bisschen zu viel gewesen. Das war so. Aber das ist, was ich meine, Michi. Das ist genau, was ich meine. Wenn du jetzt von der Technologie, die die Predator haben, müsstest du eigentlich sagen, die leben in einer sehr strukturierten und gut harmonisch funktionierenden Gesellschaft. Ja. Dann müssen die auch Schulen haben, wo die Engineering lernen. Und die müssen Kindergärten haben und sowas. No thanks, will ich nicht sehen, will ich nicht sehen. Das willst du nicht sehen. Das willst du doch einfach nicht sehen. Voll aus dem Kontext gerissen. Du wirst einfach, genau, Suspension of Disbelief, sage ich dazu immer. Aber ja, wir sind ein bisschen abgedriftet. Wurscht. Zurück zur Frage, kann Metal Gear Solid ohne Hideo Kojima funktionieren? Und ja, wie gesagt, ich glaube in den Remix, ja, einfach weil die Blaupause da ist. Für neue Teile sehe ich es ein bisschen schwierig. Und ich glaube, das ist auch der Grund. Es gibt Gerüchte, dass Konami bereits jetzt an internen neuen Studios arbeitet. Es war ja dieser große Skandal, nur um das nochmal zu erklären. Ich weiß nicht, ob du es noch auf dem Schirm hast. Ja, nicht wirklich, nee. Es war ja mit Hideo Kojima so, dass es gab einen Riesenskandal bei Konami, dass sehr fragwürdiges Verhalten gegenüber den Mitarbeitern eben war. Ja, da habe ich was mitgekriegt. Und wenn du quasi zu spät gekommen bist, dann muss, egal, auch wenn du ein Chef warst in der Abteilung, musstest du das Klo schrubben und solche Sachen. Ja, also sowas ist halt geleakt worden. Und dann gab es eben auch ein großes Zerwürfnis mit Hideo Kojima, infolgedessen er gegangen ist. Und dann hat irgendwann Konami bekannt gegeben, sie wollen sich aus dem AAA-Gaming-Bereich zurückziehen. Ja, genau. Und nur noch Kachinko-Maschinen machen. Richtig, ja. Genau, und haben ihre internen Studios aufgelöst. Und jetzt haben sie aber gemerkt, okay, natürlich, wir haben krasse Marken und das ist vielleicht doch nicht wenig Geld da. Und jetzt wollen sie das wieder machen. Darum haben sie ja mit Silent Hill erstmal alle Spiele outgesourced, die gemacht werden. Aber sie sind gerade wieder dabei, interne Gaming-Divisions aufzustellen. Und das Gerüft, was in diesem Fall zu Metal Gear Solid mit eben umhergeht, ist, dass Metal Gear Solid 1 wieder das erste Metal Gear wird, ein Remake davon. Ja, genau. Was intern bei Konami entwickelt werden soll. Und ich glaube, das ist der Maßstab. Weil Metal Gear Solid 3, wenn ich mich jetzt recht entzinne, ist, glaube ich, auch wieder ein outgesourceter Teil, der nicht bei Konami stattfindet, also Metal Gear Solid Delta. Will damit sagen, wenn Konami ihr erstes eigenes Metal Gear Solid wieder gestemmt hat, und das ist gut, was man ja von dem fragwürdig betrachteten Metal Gear, wie hieß es, dieses komische, war auch so ein Building Game. Ah, fällt der Name nicht ein. Sagst du jetzt auch gerade nichts mehr. Das war, es kam kurz nach Metal Gear Solid 5, und es war so dieses... Ah, ich weiß, was du meinst. Irgendwas mit Zero, Ground Zero, irgendwie sowas. Nein, 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 das war der Prolog von Metal Gear Solid 5. Auch wo du so weggebeamt wirst in so eine andere Welt. Ja, genau, 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 genau. Ich weiß, was du meinst. Das war ja auch übelst geflopptes, scheinbar. Ja, genau. Ich glaube, das war aber auch ein internes Ding, und ich glaube, das war das letzte. Das war ziemlich... Also, es war auch nicht gut. Also, ich habe es nicht gespielt, aber von den Tests her... Also, auch vom Anschauen her denkst du dir, keine Ahnung, also mir hat das nicht gefallen. Jedenfalls, ich will, weißt du, ich halte nichts vom Bashen. Ja. Und ich finde, man muss immer eine Chance geben, und auch in dem Fall bei Konami, wenn sie es verkacken, kann man immer noch sagen, hey, ist nicht gut. Aber lass sie es versuchen. Wollte gerade sagen, macht ja nichts. Kann man ja. Irgendwann kommt schon mal wieder was Gutes in der Hinsicht. Und wenn sie einfach nur Metal Gear Solid 1, 2, 3, 4 remaken, dann ist... Passt ja auch, dann bin ich auch schon zufrieden. Dann bin ich auch schon erst mal zufrieden. Und dann haben sie sich hoffentlich intern so weit eingearbeitet, dass sie... Das ist ja Erfahrung, die sie sammeln. Genau. Du brauchst einfach jemanden, der das Ganze versteht. Ja. Das ist der Punkt. Und ich habe so das Gefühl, es ist jetzt auch ein neues Silent Hill rausgekommen, über Shadow Drop von der State of Play. Das haben sie einfach nach dem Trailer sofort veröffentlicht. Das heißt Silent Hill, The Short Message. Ich habe es gestern gespielt. Das ist so ein zwei, drei Stunden langes Spiel. Okay. Vom Prinzip nicht schlecht. Ja. Aber du merkst an Momenten, dass entweder... Also es sind zwei Dinge. Entweder die Kreativverantwortlichen haben Silent Hill nicht so sehr verstanden. Oder aber es wurde von oberer Etage gesagt, sie sollen es so machen. Sie sollen es so machen, wie es ist. Weil das, was bei Silent Hill für mich immer sehr im Vordergrund stand, ist, ich will jetzt gar nicht zu sehr in Silent Hill abschweifen, nur als Beispiel für Metal Gear Solid. Ja. Und für Markenbewusstsein und Verständnis. Was bei Silent Hill immer so ein zentrales Thema war, dass die Spiele storytechnisch auf verschiedenen Ebenen funktionieren und diese Ebenen aber auch nicht in your face sichtbar waren. Ja. Also zum Beispiel Pyramid Head ist ja eigentlich kein Gegner, sondern steht für das Schuldbewusstsein von James. Ja, genau. Genau. Für die Sühne, die er quasi leisten möchte. Genau. Und erst in zweiter Linie für Gegner. Das meine ich mit auf zwei Ebenen funktionieren. Und das wird ja aber nicht gesagt. Es liegt keine Pfeil rum, wo steht Pyramid Head ist dein Gewissen. Weißt du? Ja. Und was mir aufgefallen ist, sowohl bei Short Message ging es noch. Da waren lauter so Post-its, die an den Wänden hingen, wo standen. You're ugly und bla bla bla. Okay. Also auch schon sehr in your face, aber nicht ganz. Aber bei Ascension, das war so wie so ein TV-Serien-Format, was du interaktiv machen konntest. Ich hab nur den Trailer gesehen und dann so, oh my god! Run away! It's a monster and it's your conscience! So. Nach dem Motto, oh, renn weg! Es ist ein Monster und es ist dein Gewissen. So was in den Wänden halt gesagt. Und ich denke mir so, das ist nicht, worum es in Silent... Also, es ist so wirklich, wenn du eine Silent Hill-Parodie machen möchtest, wie du es nicht machst, würdest du es so machen. Ja. Und das ist eben der Punkt, wo ich mich frage... Das ist wie das Secret-Ending vom Zweier mit dem Hund. Mit dem Hund. Ja, aber das finde ich noch lustig. Das andere ist halt so am Thema vorbei. Und da denke ich mir halt, entweder haben sie nicht verstanden, worum es geht, oder aber, was meine viel schlimmere Befürchtung wäre, als es nicht zu verstehen, dass von der Chefetage gesagt wird, es muss jeder verstehen. Bitte macht es total in your face, damit es auch in Anführungszeichen der dümmste Spieler versteht. Das wäre meine größte Angst dabei. So was finde ich, allgemein hat so Trend aufgenommen. Ja. Außer bei Hideo Kojima, der es wieder anders macht. Ja, blödes Stichwort halt Casual Gaming halt in der Hinsicht. Dass halt jeder versteht, was los ist mit Pfeil hier, Pfeil da, Pfeil dort. Der Spieler soll überhaupt nicht mehr nachdenken beim Spiel. Das ist ja auch der Grund, warum... Zugänglichkeit meinst du? Genau, Zugänglichkeit. Dass halt vielen Leuten auch das Zocken da manchmal gar keinen Spaß mehr macht, weil überhaupt gar nicht mehr dieses Entdecken, Herausfinden... Es wird ja alles vorgekaut. Genau. Und das nervt mich tatsächlich schon echt krass in vielen neuen Spielen. Das hat einfach alles zehnmal und zum hundertsten Mal, wie bei Call of Duty oder was weiß ich was, bei welchen Spielen... Drücke X! ...um nachzuladen oder eine Granate zu werfen oder Waffen zu wechseln, wo ich mir denke, ja, ich habe es langsam verstanden. Ich spiele das Spiel seit, keine Ahnung, 100 Stunden und ich glaube, ich weiß, dass wenn ich Y drücke, dass ich... Aber das ist der Punkt. Und das ist der Punkt, die Spiele werden nicht für dich oder mich gemacht oder für die Core-Zocker-Gemeinde, die werden mittlerweile für Millionen Massen, die halt damit nicht... Dann wäre es cool, wenn man es wenigstens ausschalten kann. In vielen kannst du es aber auch ausschalten. Du wirst gefragt, willst du Tutorial ja oder nein? Ja, genau. Ja, sowas. Dann sag ich, weiß nicht. Batman zum Beispiel. Die Batman-Spiele sind ja ein gutes Beispiel. Ja. Ich meine, klar, es gibt ein paar Sachen, wo du halt immer mit Tastenkombinationen oder sowas machen musst. Aber du hast halt permanent dieses... Drücke die Taste, um halt Grappling-Hoop zu machen. Drücke die Taste, um zu schlagen oder mach... Bei jedem Ding. Du hast immer eine Erklärung, wie funktioniert was. Das ganze Spiel über. Anyway, zurück zu Metal Gear Solid. Und da ist meine große Angst eben, was macht den Kern eines Metal Gear aus? Also, du hast einmal die Gameplay-Ebene und dann hast du natürlich nochmal die Story-Ebene, die sehr viele philosophische, aber auch weltbewegende Fragen aufgreift, wie nukleare Aufrüstung, Wo sie tatsächlich sehr stark immer drin waren. Ja, da war immer... Und das ist sowas, warum ich die Metal-Gear-Spiele auch gern gespielt habe, weil die Story war geil und das Gameplay war, wie soll ich das jetzt sagen, besonders die ersten... Sie waren basic, sage ich jetzt mal. Es war simpler, aber sehr effizient. Aber gut, das ist es. Es hat funktioniert in dem Format, wie es ist. Und das, finde ich, ist, was halt Metal Gear einfach so mega spaßig einfach macht zu spielen. Aber jetzt ist der Punkt eben wegen der Story. Wenn du so philosophische oder weltbewegende Fragen behandelst, da denke ich eben wieder an Stichwort Verdummung. Hideo Kojima hat bereits nukleares Wettrüsten eben... Im Prinzip kannst du sagen, Metal Gear Solid ging es um nukleares Wettrüsten. Ja, eigentlich fast im ersten... Also es war ja fast in allen Teilen eigentlich immer so ein Thema. Zweiter, glaube ich, war das Thema künstliche Intelligenz im direkten Sinne. Genau, Arsenal Gear. Dritter war Kalter Krieg. Kalter Krieg, weil es halt davor noch war. Und ja, Klon war auch so ein Vierer-Ding. Ja, so Wettrüsten-Thema war ja auch. Ja, ja. Also das hat alles Klonen, Wettrüsten und AI waren so die drei Oberthemen der Metal Gear Solid 3. Von 1, 2, 3, 4, 5 kann ich mich jetzt nicht zu sehr äußern, weil ich es nicht gespielt habe. Aber ja, keine Ahnung, tatsächlich weiß ich es da jetzt. Ja, also Story-mäßig hat das mich, wie gesagt, auch nicht so mitgerissen. Ja. Aber deswegen... Wobei, wie gesagt, Story-mäßig war ja da nicht so stark. Ich habe es hauptsächlich wegen dem Gameplay gespielt. Ja. Und da ist die Frage, kriegt diese Form von gesellschaftlicher Kritik und Information, kriegt das ein anderer Director hin? Da brauchst du schon eine starke Persönlichkeit. Ja, auch das Verständnis dafür. Es ist dieser schmale Grat, weißt du? Sie sollen kein Death Stranding machen, da würde ich sagen, zu viel. Das ist mir zu Kojima. Ja. Ich will diesen Freddie Mercury-Kojima haben, der ein bisschen beschränkt ist, oder zurückgehalten wird. Sodass man es noch versteht. Genau. Genau, richtig. Aber nicht zu blank, dass es sozusagen jeder Depp versteht. Dass man auch ein bisschen selber nachdenken sollte vielleicht, okay, was wird mir gerade erklärt. Weil auch Thema Tutorials war ja eigentlich, die ganzen Metal-Gear-Spiele haben eigentlich gar keine bis sehr wenig Tutorials gehabt eigentlich. Es wurde dir alles über Codec-Calls irgendwie erklärt. Aber du hast eigentlich nie wirklich diese On-Screen-Dücke... Nee, nee, es war sehr interaktiv. Genau. So, probier's aus. Leg hier eine C4 und lass es hochgehen und schau, was passiert so ungefähr. Es ist eher wie mit den Wänden gewesen im ersten Teil, wo du doch... Mit dem Plastik-Sprengstoff. Genau, mit dem Plastik-Sprengstoff bei Rubber Ocelot, wo du ja auch mehrere Räume, sag ich mal, sprengen konntest und halt dann sozusagen auch was finden konntest. So was finde ich halt cool, wenn dir halt durch Gameplay was beigebracht wird. Und das machen halt viele Spiele heutzutage nicht mehr. Weil man halt ein bisschen nachdenken muss. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Es ist halt so dieses... Die faulste Art, ein Tutorial zu machen, ist eine X-Einblendung. Ja. Drücke X zum Hinlegen. Genau. Zum Interagieren. Press F to pay respect. Ja, genau. Ja, ansonsten, nochmal auf die Story zu springen, zu kommen. Was war so für dich, nochmal auf die Teile gesprochen, was war dein... Okay, hast du, glaube ich, schon gesagt, das Beste und was war so für dich der schlimmste Moment? Oh je. Also, wo du wirklich sagst, geiles... Also, wo du das Gefühl hast, oh mein Gott, das ist der Peak des Storytellings. Ich kann's ja mal erzählen und dann kannst du mir... Ja, mach du mal, ich muss tatsächlich da noch ein bisschen drüber kürbeln, weil halt bei mir das ein bisschen so auseinander geht wegen Gameplay und Story halt natürlich. Also, für mich war das der Moment, in dem revealed wurde... Entschuldigung. Passt du. In dem revealed wurde, dass das, was The Boss gemacht hat, Absicht war. Und sie sich mit Absicht geopfert hat und du dann dastehst in diesem Feld und dann verlangt das Spiel von dir, nicht nur der Katze hinzuzuschauen, sondern sie aktiv zu erschießen. Ja. Unter Zeitdruck, weil du sonst stirbst wegen dem Bomben. Richtig. Es war so, oh mein Gott, sie ist nicht übergelaufen wegen Geld oder irgendwas oder... Nein, sondern wirklich, das ist ihr Opfer gewesen, sich als Bösewicht zu marken, weil der... Wie hieß der Antagonist nochmal? Der... Vol'jin, oder? Vol'jin. Vol'jin? Ich meine Vol'jin. Du meinst Vol'jin Raven. Ja, genau. Jetzt bin ich gerade durcheinander gekommen. Vol'jin meine ich. Vol'jin, ja, irgendwie so. Weil der hat doch so einen... Der hat doch einen Nuklearsprengkopf geschossen. Diese taktische... Genau, und darum kamen sie dann ja in Bredouille und dann hat sie sich quasi dafür dann geopfert. Und das war so storytechnisch, es war so dramatisch, weil der Boss ja auch dein Mentor ist. Ja. Und du gar nicht verstehen kannst, warum verrät sie mich? Genau. Denn sie hat dich gar nicht verraten. Ja. Es ist so. Und sie opfert sich dann und gibt dir... Du hast diesen scheiß Titel von Big Boss nur, weil deine Mutter Figur, was sie ja im Prinzip ist, sie für dich geopfert hat. Und eigentlich ist sie Big Boss. Ja. Aber du... Also der ganze Titel Big Boss ist eine Heuchelei eigentlich. Und das ist so... In dem Moment so... Deswegen nimmt er es ja auch nie so wirklich an. Ja. Das... Es ist... Ah. Es ist so, wie er dann darstellt. Okay, gibt's ja diese ikonische Szene, dieses... Am Grab. Genau. Gänsehautmoment. Ja. Das war für mich so der... Der Peak des Storytellings, äh, was... Was ich auf einem emotionalen Level nachvollziehen konnte und mich bedrührt hat, aber auch inhaltlich halt voll gepasst hat. Es hat halt... Es hat sich nicht an den Haaren herbeigezogen. Ja. 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 Es war... Es war einfach nur geil geschrieben. Ja. Und darum freue ich mich tatsächlich auch so. Viele sagen, oh, ich hätte lieber das Metal Gear Solid 1 Remake. Nein, gib mir Metal Gear Solid 3 Remake. Ich will geilen Dschungel und mich tarnen und The Boss und ich will das alles nochmal und ich will den Hater. Das schaut halt richtig cool aus. Also, da freue ich mich schon mega drauf. Aber gab es so einen Moment bei dir? Vielleicht jetzt nicht so dramatisch wie bei dir. Bei mir ist es halt tatsächlich da wieder der vierte Teil. Ähm. Ich sag mal so, das Ende davon eigentlich, wo halt tatsächlich auch viel erklärt wird in den Cutscenes. Äh. Du meinst Lalelelelu erklärt wird? Genau. Wo du halt Big Boss auch triffst und alles. Hammer. Ja. Also, das war für mich halt so, oh mein Gott. Ist das nicht so spektakulär wie bei dir? Wie sich Snake erschießen wollte. Ich fand schon, das wäre tatsächlich auch eine Szene. Wenn du am Friedhof kommst und dann willst du dich erschießen, kannst du es nicht. Big Boss steht da. Und dann killst du ihn mit dem Fox da. Das ist so krass. Das ist auch so eine Szene. Tatsächlich war das meine What the Fox Szene. What the Fox wollte ich schon sagen. What the Fox. What the Fox Szene. In Metal Gear Solid 4. So dieser Moment am Grabstein. Das ist alleine so. Ja. Das war schon. Also das war schon heftig. Alles, was halt so danach noch kommt. Weil es endet ja eigentlich alles so. Und Snake ist halt voll fertig. Und so. Das ist schon. Also das hat mich da schon sehr krass mitgenommen. Metal Gear Solid 1. Wo er durch den Mikrowellen gegangen ist. Ja, das war im Vierer auch hart. Das waren halt. Das waren bei mir so die Stellen so. Metal Gear Solid 1 hat. Ja, das war. Ja. Ich habe Pipi in den Augen. Metal Gear Solid 1 hat viele starke, kleine Stellen. Aber für mich nicht diese eine große. Ja. Vielleicht der Moment, wo gesagt wird, dass im Prinzip du die ganze Zeit eigentlich mit der Pal-Card und so. Dass du quasi für die Drecksarbeit gemacht hast. Ja, aber das war nicht so ein großer. Nee, das ist so. Ja. Schurken Sachen. Dinge halt. Schurken. Dinge machen Schurken. Genau. Genau. Schurken machen Schurken. So rum. Darum hat es nicht so einen Impact gehabt. Und Metal Gear Solid 2 war das einzige Spiel, was keinen großen Impact in der Richtung auf mich hatte. Ja. Vielleicht wo, wo, wo. Der Schluss halt dann wieder eher, wo halt eigentlich wieder viel erklärt wird. Ja. Ja, aber war das so? Oh mein Gott, das war so. Nee. Ja. Nicht so. Ich fand, mir hat halt dort auch das Gameplay sehr gut gefallen und das ganze Setting. Okay. Das fand ich halt cool. Klar, es ist nicht gewesen. Moment, 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 Moment. Ich wollte gerade sagen, jetzt kommt die Frage aller Fragen. Magst du Raiden? Später dann schon. Genau. Also nicht Metal Gear Solid Rising. Hä? Hieß es Metal Gear Solid? Was ist es? Rising und der war ja im vierten Teil auch schon. Genau. Ja, da fand ich ihn auch cool. Das meine ich ja. Da war er dann cool. Aber das Problem war, Metal Gear Solid, ich habe es neulich erst wieder gestreamt, die Tanker-Szene war so cool. Die war doch, glaube ich, sogar, das hätte ja weitergehen sollen sogar, glaube ich, habe ich gehört. Echt? Da war irgendwie, das war irgendwie überhaupt gar nicht so wirklich geplant. Das weiß ich tatsächlich nicht. Aber für Metal Gear Solid, das gesamte Metal Gear Solid, so gewesen. Oder länger sollte es gehen. Länger. Es wurde viel gekürzt, das war es, glaube ich. Weil es gibt doch so Szenen, wo doch Snake sich so battelt, wo doch das Schiff irgendwie untergeht. Ach so. Ja, da gibt es doch so Cutscenes, glaube ich, direkt nach dem Tanker. Habe ich nicht gesehen oder habe ich nicht in Erinnerung? Die sind im Spiel drin. Ach so. Da siehst du, wie er doch da kämpft und macht. Das ist scheinbar noch Footage von, was sie eigentlich rein, also drinnen lassen wollten, dass du irgendwie noch von dem Schiff halt fließt sozusagen, währenddessen das untergeht, dass du halt noch gegen Leute kämpfst und so. Das ist so Cut-Content halt. Ich sehe schon die Diskussion so, Hideo, nein, nein, das ist so dieses, wir machen nicht den Freddie Mercury, nein, das geht jetzt unter und es passt schon. Jetzt komm, hier, mach dein Kodek-Gespräch. Hör auf. Kein Disrespect, Hideo Kojima. Also es ist so, sonst hätte ich auch nicht das Bild von ihm mit aufgehangen. Also es klingt so, als ob ich so negativ über ihn rede. Ich habe unglaublichen Respekt vor seiner Leistung. Es ist nur, ich treffe niemals deine Helden. Ja. Weißt du? Dann ist so, dann denkst du, ja. Wahrscheinlich wirst du enttäuscht. Ja. In Anführungsstrichen. Ist möglich. Ist möglich. Darum. Aber ja, Metal Gear Solid 2 war so das einzige Spiel, ähm. Es war anders. Es war, ja, es war anders, trifft es gut. Es war anders. Es hat mich halt weder von der Story, noch vom Gameplay, noch vom Hauptcharakter mitgerissen. Ich glaube, das war das Problem. Es ist ein gutes Spiel und ich will es nochmal unbedingt spielen. Also ich habe es gern gespielt, aber genau, Story-mäßig, wie du sagst, ist jetzt, sagen wir mal, insgesamt eigentlich das Schwächste von den Hauptteilen. Danach käme schon der Fünfte, weil der Fünfte ist, finde ich, für mich auch so Story-mäßig so, äh. Ja, da kann ich halt nichts zu sagen. Ich würde sogar den Fünften tatsächlich an letzter Stelle stellen. Das Gameplay ist geil, aber Story-mäßig hat es mich nie mitgerissen. Ich habe es immer nur gespielt, weil es halt einfach ein cooles Sneaking-Game war. Das war's. Ja. Die Story ist halt immer so, ist alles so nebenbei gelaufen, weißt du, was ich meine? Es ist alles so, so blank im Rübe gekommen und du hattest immer irgendwie so Cutscenes halt, wenn du meistens zu deiner Mother Base gekommen bist und dann kam halt auch so laut und du bist halt so dargestanden. Es waren auch so, so What-the-Fuck-Szenen manchmal, wo du dir gedacht hast. What-the-Fuck-Szenen? Ja, genau. Wo du dir halt nicht viel bei gedacht hast. So, okay, ist halt cool. Oder wegen Quiet und so kamen doch auch so Cutscenes. Warum war Quiet so nackt? Nicht, dass ich ein Problem damit habe, aber... Die konnte, pass auf, die hat geatmet durch ihre Haut. Das war's, glaube ich. Ah. Und wenn du sie zum Beispiel in Wasser geschmissen hast, dann ist sie erstickt. Also sie konnte nicht nass werden. Das war, glaube ich, das Thema. Irgendwie so. Was sie jetzt sehr schmutzig macht. Ja. Es ist eine gute... Und du konntest ihr dann beim Duschen trotzdem irgendwie zuschauen und so Sachen. Was? Ja, die hatte so eine Zelle auf ihrem... Auf dem Schiff, auf der Mother Base. Also das Schiff Mother Base. Und die war halt, ja, in dem Gefängnis halt immer drin. Und die hatte halt da so ein Bett und halt eine Dusche. Und da konntest du halt immer zuschauen. Und das war oben offen. Und oben sind dann auch immer die Leute so gestanden und haben halt immer so zugeschaut. Wow. Was zur Hölle? Ja, ja. Es sind doch Sachen, die würden heute nicht mehr passieren, oder? Japaner. Es ist sehr japanisch, ja. Es ist sehr japanisch. Es würde auch in einem westlichen Spiel... Es ist das sehr, sehr... Hideo? Nein. Pfui. 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 Aber, ja. Aber das sind Sachen, so blöd es klingt, das kann ich irgendwo innerhalb der japanischen Kultur schon verschmerzen. Die sind da einfach nicht so prüde. Genau. Die haben ja auch so ein Fest, ein Fall. Ja, ja, ja. So Sachen. Versuchen wir jugendfrei zu bleiben. Ich wollte gerade sagen, da wundert einen das dann nicht. Weißt du, was ich tatsächlich ganz gerne hätte und was ich mir erhoffe? Also, ich erhoffe mir, dass sie jetzt Metal Gear Solid Delta machen, dann Metal Gear Solid 1, Metal Gear Solid... Als Remake meinst du? Als Remake, genau. Dann Metal Gear Solid 2 noch und weißt du, was dann das nächste ist, was ich gerne als Remake hätte? Metal Gear. Boah, ich hab die tatsächlich nie wirklich gespielt, ab und zu mal. Ich weiß auch, was ist das? Gameboy? Nee, das ist NES und... Wie hieß es? MX... Wir hatten mal irgendwas, das war auf einem Portable... Ja, wir hatten mal, ich glaub Metal Gear Solid für den Gameboy Color hatten wir, glaub ich. Ja, genau, irgendwas war da. Da hab ich's mal gespielt. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Das ist schon so ultra lange her und da hab ich das alles noch gar nicht so wirklich verstanden. Ja, ja. Aber das ist halt so, ja, cool. Cool, spiel mal. Spielen, genau. Nee, aber das hätte ich gerne, weil es gibt ja Metal Gear 1 und Metal Gear 2 und ich glaub, wenn ich nicht recht entzähne, das ist halt so lange her. In Metal Gear 1, glaub ich, ist der... Boah, war der Bösewicht? Nicht Grey Fox oder war er ein Verräter oder irgendwie sowas? Du hattest... Warte mal, was steht denn hinten drauf auf der Packung? Warte mal, wir lesen jetzt mal die Packung. Grey's Colonel Vermin Katafi poses new terrorist threat to the world. Also der verrückte Colonel Vermin Katafi ist eine neue Terroristengefahr für die Welt. Outer Heaven Leader Katafi has activated the ultimate super weapon Metal Gear. Responding to the crisis covered unit Fox sound is called into action and that's where you come into play. Ich überfliege es einfach mal. Also, ich weiß es nicht mehr, ob der erste Metal Gear Teil schon mit Grey Fox war oder ob er im zweiten kam, es ist einfach zu lange her. Metal Gear 1 und 2 sind übrigens auch in der Collection drin von der HD Collection, die jetzt rausgekommen ist. Die Discs sehen echt schön aus. Hammer. Ja, kannst du vielleicht mal in die Kamera halten, die Discs, wenn man es sieht. Ich hoffe, man kann es erkennen. Sehr geil. Ja. Und auch cooles Gimmick, sage ich mal, was man ja im Spiel eigentlich dann erst rausgefunden hat. Auch wieder so Thema halt Tutorial. Die, die wir jetzt gespielt haben, den alten Teil, die wissen es wahrscheinlich, dass hier hinten die Codec-Nummer von Meryl war das, gell? Genau, die draufsteht. Das wird dir im Spiel tatsächlich gesagt, weil du sollst sie anrufen und das wird dir dann gar nicht wirklich erklärt. Doch, der Körnel sagt ja, Snake, schauen Sie doch mal auf die CD-Verpackung. Aber du musst ihn, glaube ich, extra anrufen dafür. Ich glaube, nach einer Zeit ruft er dich an. Ja, ja, wenn du eine Stunde wartest oder sowas. Genau, es war eine Zeit, wenn du halt nur am rumroamen bist, dann auf einmal kriegst du halt einen Call, außer du rufst halt direkt an. Genau. Genau, und wenn du es halt weißt, gibst du es halt ein. Meine oder mein Link, sagt sie, glaube ich. Nee, ich glaube, es war... Oder was du können, oder beide, ich weiß es nicht mehr. Körnel, mit der coolen deutschen Synchro, mit der Stimme. Oh, gutes Thema. Die tatsächlich ziemlich cool war. Also, mir hat es schon gefallen. Also, jetzt kommen wir an den Punkt hin. Ich habe dir auch noch extra die US-Version dafür geholt, deswegen. Ja? Ich mag die deutsche Synchro von Metal Gear Solid 1, aber ich mag sie nicht, weil sie so gut ist. Sondern ich mag sie, weil sie so ultra trashy ist. Das ist halt das. Das ist so. Für die Zeit war es okay. Heutzutage kannst du es nicht mehr bringen. Nee, also, es hat ja im Original Liquid... Er ist ja Brite. Und er hat einen britischen Akzent im Original. Und daher, dass sich so einer so mal in die Nase zuhält. Snake, weißt du, wer ich bin? Der hat ein Erbe gesteuert. Mein Bruder, der redet ja echt so. Ja, ich weiß. Das ist so geil. Übrigens, es gibt einen Synchronsprecher aus Metal Gear Solid 1, der richtig geil ist. Und das ist Revolver Ocelot. Der macht auch einen guten Job. Und weißt du, wer das ist? Das ist einer aus dem ersten Indiana Jones-Film, der diesen Deutschen, einen von dem Deutschen, dem die Gesichter am Ende zerschmelzen, spielt. Ich hab den Namen nur jetzt vergessen. Irgendwas mit R, oder? Es war nicht dieser Gestapo-Typ mit dem Hut, sondern der andere, der Colonel, Hauptmann, ich weiß es nicht mehr genau. Dietrich, Hauptmann Dietrich, glaube ich, hieß er. Aber ist egal. Ich wollte nur sagen, das ist der gleiche Schauspieler. Okay. Er hat's halt drauf. Also wirklich, Revolver Ocelot ist auch in der deutschen Synchro gut synchronisiert. Aber Snake, was? Fusssporen. Es war ja nicht Snake, es war die Wache. Aber es ist so. Es ist cool. Für die Zeit war es halt einfach geil. Es macht auch noch immer Spaß zum Anhören. Aber es stellt die Frage auf. Wie gesagt, für mich ist Solid Snake David Hater. Oder andersrum, David Hater Solid Snake. Genau, die Stimme halt. Die Stimme. Würdest du eine deutsche Synchro im Metal Gear Solid wollen? Nein, das ist ein Thema. Nein, jetzt nicht mehr. Es war ja auch ab dem zweiten Teil und auch Twin Snakes haben sie ja überhaupt gar nicht mehr Deutsch synchronisiert. Wurde da fünfte synchronisiert? Weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich spiele ja generell alle Spiele auf Englisch. Ganz, ganz wenig, wo ich sage, okay, da kann ich es mir auf Deutsch anhören. Ist bei mir auch so, darum weiß ich es nicht. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob es das ist. Und schreibt vor allem mal, ob ihr gerne deutsche Synchro bei Metal Gear Solid haben wollt und warum. Oder allgemein Spiele auf Deutsch spielen. Was wir jetzt zum Beispiel nicht machen. Ganz viele machen, das kann ich ja so sagen, in der Community ganz viele spielen auf Deutsch. Und das ist ja auch wichtig. Liegt vor allem, das ist halt ein Problem. Ist es ein sprachliches Thema? Es ist ein sprachliches Thema, weil du weißt es ja auch, wenn du jetzt in skandinavische Länder schaust oder auch die Niederlanden, dort wird halt nicht synchronisiert. Dementsprechend sprechen halt alle perfektes Englisch. Und in Deutschland haben wir halt eine sehr ausgelebtes Synchrokultur. Ja, die ist super, um Gottes Willen. Die ist schon, ist nicht schlecht. Also Thema Disney-Filme jetzt zum Beispiel, um mal ganz kurz auf Filme zu gehen. Wir schauen ja auch grundsätzlich eigentlich alles in Englisch bei uns zu Hause. Aber bei Disney-Filmen zum Beispiel ist es bei mir ganz schlimm. Geht nur auf Deutsch. Die Synchro ist teilweise so geil auf Deutsch, dass ich das auf Englisch, auch die neuen Sachen, einfach nur Hammer auf Deutsch. Da kannst du sagen, was du willst. Mit die Kinder, wir schauen ja auch Spongebob und so. Das kannst du dir auf Englisch nicht anhören, ohne Scheiß. Die deutsche Synchro ist da richtig nice. Das sagen sogar selbst die Amerikaner und so, selbst, dass die deutsche Synchro vom Klang her, genau, nur vom Klang her, besser klingt und passt. Ja, jedenfalls bei Metal Gear Solid, nur um aufs Thema zu kommen, bei Metal Gear Solid kann ich es mir halt überhaupt nicht. Also, David Tater ist, also, ne, dieses ... This is Snake. This is Snake. Colonel, can you hear me? Ja, genau. Das ist so, es ist so ... Ikonisch halt. Ikonisch, genau. Danke, das wollte ich gerade sagen. Es ist so ikonisch. Die Immersion einfach auch, warum man, warum jetzt auch ich halt Sachen halt gerne auf Englisch spiele und höre und schaue. Es ist einfach die, es ist näher am Geschehen dran oder beziehungsweise die Immersion ist für mich besser. Weißt du, was ich gerne hätte? Ich hätte gerne ein Metal Gear Solid in VR. In VR? In VR. Das wäre mal richtig geil, wenn du selber sneakst und dann selber in die Knie gehen musst. Du brauchst halt den Raum. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist halt ... Wir haben oben, du weißt ja, das Wohnzimmer ist relativ groß. Ja, da will ich es nicht wissen. Unser Wohnzimmer hat 85 Quadratmeter. Und das ist halt so. Also eine Wohnung in einem Haus. Ja, das ist immer, wenn wir Gäste haben, die schauen und immer so sagen, meine Wohnung passt hier rein. Ja. Hat mich schon oft. Aber jedenfalls, ich habe da, wo die leer war, wo wir jetzt nicht die Couch und alles rein gemacht haben, haben wir einen Computer aufgestellt und VR im Wohnzimmer gespielt. Und ich konnte rumlaufen. Ich konnte das ganze Wohnzimmer laufen. Ja, ohne dass ich aneckste. Und habe mir halt ein Gitter erstellt, dass ich nicht gegen die Wand laufe. Und Anker hat auf mich noch aufgepasst, dass sie halt nicht irgendwie pallet. Aber es war halt dann total geil. Und da stelle ich es mir dann schon sehr cool vor. Da würde ich das Wohnzimmer nochmal leer räumen dafür. Ja, das ... Wenn du so warst. Ich meine, klar, du kannst auch mit Controller steuern. Aber A, werde ich mit Controller steuern bei VR schneller Motion Stick. Außer ich mache so Teleport Jumps. Ja. Und B, ist es cooler, wenn du dich bewegen kannst. Ist einfach so. Aber ja, ich hätte gerne ein Metal-Gesolids. Es kommt jetzt auch ein Metro im VR. Ja, da habe ich was gehört. Sieht sehr geil aus. Hast du Half-Life Alyx mal im VR gespielt? Nee. Also ich habe tatsächlich noch nie im VR gespielt. Warum sagst du das nicht? Ich habe zwei VR-Brillen da. Okay. Ich kann dir auch mal eine ausleihen, wenn du willst. Also ich habe ohne Scheiß noch nie gespielt. Krass. Dann wird das mal Zeit. Okay, dann verstehe ich deine Zurückhaltung. Ja. Weil VR ist nicht gleich VR. Es gibt VR-Spiele, wo du sagst, ja, ist nett und ist cool. Ja. Und dann gibt es ein paar VR-Spiele, wo du sagst, das verändert meine Sicht auf Gaming. Ja. Und dazu gehört an allererster Stelle Half-Life Alyx. Das ist so gut. Also wirklich auch von der grafischen Darstellung so exorbitant gut. Ja. Und wenn du dir einfach sagst, holy shit. Also wirklich, ich habe einen Kumpel, den Dennis, der war immer voll der VR-Gegner. So, ah, VR, scheiße und kostet so viel und ich will das nicht. Und noch nie gespielt hat, oder? Nie gespielt. Dann war er hier zu Gast und er war so begeistert von Half-Life Alyx. Der hat sich voll aufgeregt, dass Half-Life Alyx nur im VR kommt. Hat das gespielt und hat gesagt, oh mein Gott. Weil du kannst dir nicht vorstellen, wie ... Wenn man es halt sieht, du siehst halt Mackelig und keine Ahnung. Du musst halt vorstellen, du hast es auf dem Kopf und dann kannst du dich real life in diesem Raum umschauen und siehst halt wirklich 100 Meter Tiefe und du hast das Gefühl, du bist in dieser Welt. Du bist halt da, ja. Und es gibt halt Schlechtere, die das nicht so gut machen. Und dann gibt es Resident Evil 4 zum Beispiel. Das Remake habe ich noch nicht im VR gespielt, aber das Original gibt es ja auch im VR. Ja, genau. Das ist so geil. Ja. Das ist einfach so geil. Wenn es halt gut umgesetzt ist, dann kann ich es mir sehr cool vorstellen. Darum meine ich, ich sage nicht, setz die gesamte Reihe jetzt nur im VR fort. Aber ich sage, mach doch mal einen Metal Gear Teil im VR. Einen. Rein vom Gameplay, mit Verstecken und so. Ja. Wenn du dann quasi die Kiste nehmen musst und dir selber einen Kopf ziehst und so was. Ja, das wäre lustig. Und dann gehst du mit der Kiste rum. Ich stelle mir das so lustig vor. Du hattest ja auch allgemein bei, ich glaube ab dem zweiten Teil war das, gell? Wo du auch diese Ego-Perspektive dann hattest. Ja, genau. Gab es ja ab dem zweiten Teil. Du konntest auch aus der Kiste, meine ich, im ersten schon rausschauen. Ja, genau. Richtig, ja. Das ging auch. Oder konntest du, nein, nein, nein. Ego-Perspektive hattest du auch im ersten schon, nur du konntest nicht mit der Waffe zielen. Genau. Du hast Dreieck gedrückt und dann hast du diese Ego-Perspektive gehabt. Genau. Aber die Waffe kam im zweiten hinzu und im Remake von Metal Gear Solid 1 haben sie dann quasi die Waffe wieder, also auch hinzugefügt. Was aber dazu geführt hat, dass sie manche Gameplay-Sachen kaputt gemacht haben, wie zum Beispiel der Kampf gegen Revolver Ocelot. Ja. Ist schwierig. Du konntest ihn immer glitchen, weil du ihn immer gesehen hast, wenn er, ich weiß ja selber noch, weil ich es halt oft gespielt habe, wenn er halt hinter diesen Pfosten war und das war ja immer so betont und dann war das so Gitterzeigel halt, was dann da noch war und du hast halt immer da die Haare gesehen oder halt seinen Kopf, seinen Schopf halt und du konntest ihn halt dadurch immer treffen und somit war der Kampf halt relativ schnell erledigt. jedes Mal. Ja. Aber deswegen, also ein Metal Gear in VR, finde ich, Metal Gear VR, gab es ja schon. Metal Gear VR, VR-Missions war mit dem... Ja, die VR-Missions. Genau. Oh, die waren cool mit dem Ninja dann auch. Grave Hawks. Genau. Hammer, die waren richtig geil. Ist es übrigens da drin, mach mal auf. Ist es da drin? Weil ich habe es gesehen, mehr CDs sind ja eigentlich nur. Mal schauen mal nach vorne. Hier, oder? Ja, genau, ja. Die kenne ich noch. Das musst du jetzt aber mal in die Kamera halten, weil es fast lustig ist. Ja. Die da. Die hatte ich mir aus der Videothek ausgeliehen. Das war so cool. Und dann habe ich sie mir gebrannt, aber 99, 2000. Die CD kenne ich noch, ja. Ja. Das war die Spindel. Da kam es aus. Ja. Das ist schon witzig. Special Missions. Sehr cool. Ja, wie gesagt, ich kenne das alles auch. Ich weiß nicht, wo ich die Demo-CD von denen leider hin habe. Und wie cool Booklets damals noch waren. Glaubst du auch nicht mehr. Jetzt hast du nur noch irgendwie. Zeig das mal in die Kamera. Meistens. Deine Kamera ist hier. Ja. Da reinschauen. Ich suche nur gerade, was ich gesehen habe. Heutzutage hast du ja meistens nur noch ein so ein Blatt. Da deine Knöpfe, was du drücken sollst. Und hier hast du halt alles Mögliche drin. Wie duckst du dich? Alle Erklärungen. Wie viele Bewegungen. Was hast du hier? Im Karton. Ja, sie können sich den Kartons zwar normal bewegen, verfügen jedoch über eingeschränktes Blickfeld und so weiter und so fort. Da steht halt einfach alles drinnen. Steuerung, Gegenstände, welche Items gibt es. Halt alles erklärt und sowas. Früher war alles besser. Genau. Oh, kann man das aufklappen? Ja, da kann man nochmal aufklappen. Ah, sind auch Artworks drin. Artworks mit dabei. Cool. Ziemlich. Das wusste ich gar nicht mehr. Cool. Ja, das war früher einfach besser. Kann man ja heutzutage alles extra kaufen. Ich meine, sie machen halt Geld damit. Michi, gib mir dein Geld. Gib mir dein Geld. Hör auf zu argumentieren und gib mir einfach dein Geld. Ich verkaufe dir eine Seite pro, äh, ein Euro pro Seite. Ein Euro pro Seite. Das ist teuer. Das Ding hat. Äh, gib mir dein Geld. Ich verkaufe es dir digital. Da kann man so Animationen. Ja, ja. Also direkt so gezeichnet fast. Ja, ist schon geil. Cool. Ja. Taktisches Nachladen und Schießen im Laufen. Also mein Wunsch wäre tatsächlich für die Zukunft diese beiden Sachen. Ein Remake von Metal Gear. Mhm. Vom ersten. Und ein Remake, äh, von dem, von dem. Also nicht Metal Gear Solid, sondern vom ersten Metal Gear. Und dann auch noch Metal Gear 2. Äh, was ich übrigens früher dachte, dass Metal Gear Solid 5 ein Remake von Metal Gear wäre. Also wo die ersten Trailer kamen und mit, wo man gesehen hat, dachte ich, weil es spielt ja, aber es spielt glaube ich danach oder davor, ich weiß es nicht mehr genau. Nach dem dritten, glaube ich. Ja, es spielt, es spielt. Irgendwie so. Die spielen nach 5, glaube ich. Metal Gear spielt nach, ich meine nach 5. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Welcher jetzt? Der oder der? Der da spielt nach 5. Metal Gear. Ja, das kann sein. Also im Prinzip spielen alle nach 5. Aber der spielt. Weil sie sprechen auch immer von irgendwelchen Kriegsangelegenheiten im fünften Teil. Deswegen. Es ist ja ein Prequel quasi. Genau. Der 5 war oder 3 war ja auch. Es wird ja glaube ich auch irgendwie storymäßig erwähnt, dass irgendwie was wegen Big Boss und hin und her ist alles noch sehr zeitnah. Es ist, er ist doch Big Boss. Oder ist es nicht? Es war ja, es war ja Venomous Snake dann oder wie der heißt. Genau. Also es ist. Ich check's nicht. Du hast es nicht gespielt, willst du es wissen? Spoiler Alert, aber ja, hau raus. Ja, also es ist eigentlich nicht Big Boss. Ja, das habe ich, das wusste. Genau, also es ist eigentlich nur ein Soldat war es glaube ich, der umoperiert wurde. Deswegen bist du ja am Anfang doch in diesem OP-Raum. Und warum geben sie dir das Gesicht vom Big Boss? Äh, das war glaube ich irgendwie Ablenkung oder sowas. Irgendwas, das hat einen Grund gehabt, warum das so ist. Sieht man Big Boss? Ähm, ich hab's nicht komplett durchgespielt tatsächlich. Ich hab's viel gespielt und auch die ganzen Nebenmissionen gemacht. Es waren noch ein paar coole dabei, aber tatsächlich ist mir das gar nicht wirklich aufgefallen. Weißt du was, ich werd's als nächstes angehen. Ich hab echt Bock, das zu spielen. Es ist ein, also spielerisch, als reines Sneaking Game, wenn da jetzt nicht Metal Gear draufstehen würde, geiles Spiel. Die Sache ist halt die, ich hab das Gefühl, ich hab was verpasst. Weißt du? Ich hab mich halt so über dieses Spiel. Gameplay-mäßig auf jeden Fall. Ich hab mich so über dieses Spiel bei Release geärgert. Und du kennst das, wenn du dich zu sehr über was ärgerst, dann zwingst du dich nicht durch ein 50-Stunden-Spiel durch. Ungefähr schätze ich mal, dass du länger hast. Viel zu tun in dem Spiel, ja. Und ein Haufen Nebenmissionen und Pipapo und hin und her. Aber mir macht's halt Spaß, Sneaking Game zu spielen. Mir ja auch. Und das hat das Spiel geschafft. Und das war für mich okay. Story-mäßig halt, meh, hätte besser sein können. Ja, muss man einfach mal gucken. Genau. Also, wie gesagt, spielerisch geil. Aber ja, wie gesagt, Remake Metal Gear, die anderen auch geremackt, find ich gut. Also gerade Metal Gear 1 und 2 kann man remaken, weil die gibt's nur in dieser isometrischen Draufsichtsperspektive, der würde sich lohnen. Vor allem haben sie da schon eine Story-Blau-Pause und könnten sich auch schön langhangeln. Und ich will mein Metal Gear Solid 3 in VR, damit ich Eva auf die Motorhaube schauen kann. Geht ja auch so schon im Spiel. Ja, ist genau so schon. Was wären deine Wünsche, wie es weitergeht? Tatsächlich würde ich mir, ja, Remake wäre, vom zweiten Teil wäre cool, wenn ein Remake kommen würde. Da würde ich mich schon ultra freuen. Ich hab jetzt mit denen... Echt, vom zweiten wäre der, also mehr als vom ersten? Weil vom ersten gibt's ein Remake. Wir haben halt Twinsnake schon, weißt du, das ist halt das, das war schon sehr cool. Also das hat mir schon wirklich Spaß gemacht. Aber es ist halt auch nicht, es gibt's nur für Gamecube. Das ist halt das, was mich ärgert. Das hat mir ja auch, ich hab mir von Hideo Kojima das Gamecube-Remake unterschreiben lassen, obwohl das gar nicht von ihm war. Ich wollte gerade sagen, da hat er dich doch irgendwie blöd angeschaut oder so. Ja, da hat er dich ganz blöd angeschaut, aber ich hab's ganz bewusst gemacht. Ich wusste das, weil ich mir dachte, dann ist es noch seltener, weil es war wirklich so, naja, bitte unterschreiben. Und dann schau ich das so an, so. Und schon was reizt. Ich hab's irgendwo draußen stehen. Das war wirklich so, hab mich so, mich angeschaut. Und ich glaube, sein innerer Denkprozess war, soll ich es ihm jetzt sagen? So, ach ja. Das war ihm zu anstrengend, mir wieder darüber zu diskutieren, als einfach unterschrieben. Okay. Okay. Ja, und tatsächlich fände ich's fast von meiner Sicht her cooler, wenn wir tatsächlich einfach ein neues MGS mal wieder kriegen würden. Ja. Also, ja, mit Hideo Kojima wahrscheinlich nicht und wahrscheinlich auch nicht mit David Hater. Wobei es cool wäre. Doch, David Hater hat zugesagt. Ja, okay, dann auf jeden Fall. David Hater ist wieder mit an Bord, weil das Problem war ja, dass Hater weg war wegen Kojima. Und jetzt, wo Kojima weg ist, ist Hater wieder da. Was ich geil finde. Ja, dann raus damit. Wir müssen gucken, wie sie sich anstellen. Das ist halt das. Ob der erste Release dann tatsächlich gleich schon so zufriedenstellend ist, wie wir es uns vielleicht erhoffen, ist die Frage. Wahrscheinlich nicht. Ich weiß es nicht. Es ist vielleicht im zweiten Versuch dann, das ist halt einfach das. Ich glaube halt, den Wow-Effekt von damals werden sie schwer wieder einfangen können. Das ist es. Ja. Da bin ich auch dabei. Und eben, ich bin skeptisch, was den philosophischen Ansatz anbelangt, weil das Problem ist auch, das sehen wir auch bei, das ist ja die große Kritik aktuell, auch bei Silent Hill eben. Dass das in eine Richtung geht, die eben sich nicht so vorstellen. Wobei ich bei Silent Hill 2 Remake wirklich abwarten will, ob es dann so ist oder nicht. Ich will dem viel Chancen geben. Genau, richtig. Das denke ich mir auch. Klar, man kann immer viel vorher Kritik ausüben und schon schimpfen, nur über irgendwelche Trailer. Ja. Und deshalb dann boykottieren. Aber ich denke mir auch immer so, lieber erst mal sich das anschauen und sich dann einfach seine eigene Meinung bilden, weil vielleicht gefällt es einem ja sogar. Obwohl es anderen vielleicht nicht gefällt. War schon bei mir ganz oft der Fall bei Spielen, wo halt viele sagen, das ist voll kacke. Fällt mir tatsächlich jetzt im Anhieb nichts ein, aber im Film würde mir jetzt einer einfallen. Zum Beispiel? Morbius. Ja, den fand ich sehr durchschnittlich. Nicht scheiße, aber... Ich fand ihn cool und er wird halt ultra gehatet und hin und her. Er war zwar jetzt... Ja, scheinbar schon. Also ich habe viel gelesen, dass der so kacke und weil er halt so gestreamlined ist. Ich fand ihn eigentlich ziemlich cool. Er war halt so... Also mir hat er schon sehr... Ich kann dir nur meine Sicht sagen. Ja, ja. Meine Kritik war so... Alles, was passiert, erwarte ich, dass es passiert. Es gibt in diesem Film keine Überraschungen. Es ist so... Ja. Passiert. Es war mir von Anfang an ein bisschen nicht klar. Wenn man das akzeptieren kann für sich, dann ist das fein. Genau, so war es halt für mich jetzt. Mein Gott, ich bin halt da jetzt nicht so krass in der Hinsicht. Ist doch auch fein. Ich lese halt in der Hinsicht eigentlich nicht viele Kritiken. Es hat ja nichts mehr nur mit Kritiken zu tun. Ich sage immer, Resident Evil 6 ist ein gutes Beispiel. Ich hasse dieses Spiel. Ich habe es auch immer gespielt. Trotzdem sage ich immer, hey, wenn ihr Spaß damit habt... Das ist Ansichtssache. Wer bin ich denn zu sagen, habt keinen Spaß damit? Ich will nicht, dass ihr Spaß mit habt. Genau. Ich sage halt meine Meinung. Richtig. Und man kann meiner Meinung zustimmen. Man kann meiner Meinung widersprechen. Man kann diskutieren. Man kann diskutieren darüber. Im Endeffekt kann ja jeder spielen, was er will. Aber genau. Aber wenn sich Leute... Ich meine, ich mache auch ab und zu Spaß, wenn du sagst, Mettles Solle 2 fand ich am geilsten. Oh nein, nicht. Genau. Aber das ist Spaß. Weißt du, in Wirklichkeit ist mir das doch vollkommen Wumpe. Man muss halt unterschiedliche Meinungen aushalten können. Genau, akzeptieren. Und in diesem Sinne, schreibt doch mal in die Kommentare, was eure Meinung dazu ist, welches euer Lieblings Metal Gear Solid ist. Und vor allen Dingen ganz wichtig, wie sollte die Reihe weitergehen und kann sie ohne Hideo Kojima überhaupt weiter existieren? Das wäre interessant. Oder sollte man sie, abgesehen von den Remakes, die ja die Blaupause liefern, eigentlich in Ruhe lassen? Gibt es ja auch verschiedene Meinungen. Ich kann vor allen Dingen jedes Argument in der einen Richtung oder auch in der anderen Richtung verstehen. Ich denke mir nur, probiert es einfach, ist mein Argument. Weil im schlimmsten Fall kann ich diese Spiele einfach ignorieren. Richtig. Und die alten nimmt uns einfach keiner mehr. So ist es. Genau. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Ja. Genau. Micky, danke, dass du da warst. Gerne, gerne. Social Media und so, hast du ja nichts oder gibt es irgendwas, was du da vorstellen willst? Nicht wirklich viel, also ich habe meinen eigenen Instagram-Channel in der Hinsicht. Willst du den teilen oder? Muss nicht sein. Wie du willst. Also es geht über unsere Band, sage ich mal. Möchtest du den Instagram-Account einer Band vorstellen? Ja, den können wir nennen. Dein nennen. Das ist Diary of Madness. Bauchbinde hier unten. Genau. Genau, auf Instagram. Und ich habe halt noch meinen eigenen, sage ich mal, Musik-Channel dazu, wo ich auch gerne Schlagzeug-Playthroughs mache. Auf YouTube? Nee, nicht auf YouTube, aber auch auf Instagram. Der Channel heißt MikeDrums92. Okay. Genau. Da poste ich auch hin und wieder mal was. Aber ihr werdet eher auf der Diary of Madness Band Instagram-Seite mehr von uns und von mir sehen. Okay. Definitiv. Wunderbar. Ja, cool, dass du da warst. Gerne. Dann reden wir beim nächsten Mal wieder weiter. Vorher auf keinen Fall. Genau. Ja, haut rein, habt eine gute Zeit und bis bald. Ciao, ciao.